Was soll ich machen? Die Behörde entscheidet einfach nicht über meinen Antrag. Mit dieser Frage kommen viele Mandanten zu uns und fragen uns um Rat. Oft mit einem hohen Leidensdruck, weil sie ihr lang geplantes und gut durchdachtes Projekt endlich umsetzen möchten. Ich möchte mit Ihnen heute durchgehen, welche Handlungsoptionen hier bestehen und welche Voraussetzungen hierfür notwendig sind. Grüß Gott und herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Lisa Fockenhuber und ich bin Rechtsanwältin in der Kanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Was kann ich tun, wenn die Behörde einfach nicht über meinen Antrag entscheidet? Das Mittel der Wahl wäre, eine Säumnisbeschwerde einzubringen. Dafür brauche ich drei Voraussetzungen. Insbesondere ist es wichtig, dass die Behörde, zu der ich gehe und meinen Antrag gestellt habe, örtlich und sachlich für die Beantwortung dieses Antrags zuständig ist. Zweite Voraussetzung, die Frist, die der Behörde für diese Entscheidung hat, sind meist sechs Monate, die muss verstrichen sein. Ab diesem Zeitpunkt kann ich eine Säumnisbeschwerde einbringen. Dritte Voraussetzung, und das ist meistens der Knackpunkt, die Behörde muss dieses Säumnis verschuldet haben. Das bedeutet, diese sechs Monate zählen erst ab dem Zeitpunkt, wo das gesamte fertige Projekt vorliegt, wo alle Sachverständigengutachten hier sind, wo alle notwendigen Antragsbestandteile klar sind, wo alle Pläne vorliegen. Erst dann zählen diese sechs Monate. Und wie funktioniert das jetzt alles? Eigentlich ganz einfach. Ich gehe zur Behörde, die entscheiden soll. Dort bringt man eine Säumnisbeschwerde ein, in der ist der gesamte Sachverhalt dargelegt, warum man glaubt, dass alles vorliegt, und sämtliche anderen Voraussetzungen werden dort auch beschrieben. Die Behörde hat nun zwei Möglichkeiten. Sie hat jetzt nochmal eine Frist von insgesamt drei Monaten, in der sie selber entscheiden kann. Tut sie das nicht, wandert der gesamte Akt und mein Antrag zum Verwaltungsgericht. Und das Verwaltungsgericht hat dann verschiedene Optionen. Die erste ist einmal, sie entscheidet überhaupt darüber, ob eine Säumnis vorliegt. Möglicherweise gibt es irgendwelche Gründe. Es wurde der Antrag zurückgezogen. Die Behörde braucht noch notwendige Unterlagen und ist ja gar nicht säumig. Wenn dann feststeht, es liegt eine Säumnis vor, kann das Verwaltungsgericht einzelne ausgewählte Rechtsfragen selbst entscheiden und den Rest nochmals der Behörde vorlegen. Für das hat die Behörde dann meistens noch eine Zeit von ungefähr acht Wochen, in der sie dann entscheiden muss. Andere Variante, wenn dann immer noch keine Entscheidung der Behörde vorliegt, wäre, dass das Verwaltungsgericht in der Sache selber entscheidet. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!